Freust du dich drauf umzuziehen? Also ich hab ein bisschen Angst, weil das ist das erste Mal, dass ich komplett alleine, alleine bin in der Wohnung. Es ist ja das erste Mal, dass du komplett auch alleine wohnen wirst, oder? Ja, hab ich doch grad gesagt. Achso, das hab ich nicht gehört. Sorry. Wie viel TikTok guckst du gerade? Ich hatte ne Zeit lang 15 Minuten pro Tag. Was war das Höchste, was du hier hattest? An einem normalen Tag? Alter, das ist krass. Was guckt man denn da? Das wird doch überlangweilend. Herzlich willkommen zu... Ist jemand hinten lang gelaufen? Herzlich willkommen zum Edel-Talk. Zusammen mit Dominik und Kevin. Freude! Erstmal. Wir sind nicht zu Hause. Erstmal, bevor ihr jetzt sagt, hat sich Kevin schon wieder ein neues Haus gekauft. Nein, das ist nur gemietet für den Winterurlaub. In den Winterurlaub sind wir unter anderem mit... Let's Hugo TV! Ich wollte jetzt einen Gag machen. Let's Hugo, was geht ab, bro? Cool, dass du da bist, Mann. Welche Person hättest du jetzt gesagt als Gag? Was hättest du jetzt gesagt? Ich hättest erst alle aufgezählt und gesagt, und Hugo ist auch hier. Oh, stark. Fuck, da hab ich dir dann... Ja, da hab ich ihn geblotet. Ordentlich in die Parade reingepackt. Da hab ich ihn geblotet. Ja, wir wollten eigentlich auch noch mit Wieland machen, aber Wieland hat sich rausgenommen, weil der ist zu gefickt anscheinend. Wir befinden uns gerade in unserem zweiwöchigen Schweizer Winterurlaub. In unserem Zweitdomizil. In unserem Schweizer Ausflug, den wir hier machen mit der ganzen Bande. Und wir sind kurz vor dem Ende tatsächlich. Wir haben gerade, wenn wir das ja aufnehmen, Tag 13. 14, oder? Nee, Tag 13. Morgen ist Tag 14, würde ich sagen. Okay. Warum ist Wieland dann auch hier? Das ist interessant. Was? Warum ist Wieland dann auch hier? Oh, wegen Tag 10. Ja, wegen Tag 10 bei Sam vs. White. Wieland ist rausgeflogen an Tag 10. Hey, wir haben uns doch nie... Digga, das ist der erste Podcast, in dem wir drüber reden können persönlich. Wir haben Sam vs. White geschafft und nicht nur geschafft, sondern wir haben 14 Tage durchgehalten. Nicht nur durchgehalten, sondern ohne Essen. Möchtest du gratulieren? Boss. Hugo hat tatsächlich nur 5 Tage ohne Essen durchgehalten. Mann, Alter. Da nochmal liebe Grüße. Nee, ganz kurz. Ihr habt Beeren gegessen. Okay, Hugo. Und? Wenn du atmest, atmest du Staub ein. Zählt das jetzt auch, oder was? Diese Beere hat 1 Kalorie oder so. Ja, aber das ist ja wirklich nicht viel. Ihr habt aber... Wie viel habt ihr gegessen? Vielleicht 100 Liter? Ernst? Ja, das geht's. In 14 Tagen 100 Liter? In 14 Tagen? Ja, aber das... Du bist erst Tag 5 rausgegangen. Es geht ums Mindset, dass du in deinem Kopf hast, du hast schon was gegessen. Okay, Real Talk, du warst nicht da und deswegen kannst du es nicht verstehen. Ja, hast recht. Ich sag aber, diese 100 Beeren haben 0% geedit und wir hätten genauso gemacht. Es hat nichts geedit für mich persönlich. Ich würde an der Stelle sagen, die Beeren haben für mich vor allem in der zweiten Hälfte das sogar schlimmer gemacht, weil der Körper konnte sich eigentlich gut damit so zurechtfinden, dass es einfach kein Essen gibt. Das war okay. Man hat jetzt nicht so krasses Hungergefühl die ganze Zeit. Aber dadurch, dass du dann ein bisschen diese Beeren gegessen hast, dachte der, jetzt kommt Essen und du hast so gemerkt, alles fährt zu hoch, weißt du, Magen auf einmal fährt wieder hoch und so und er dachte, jetzt gibt es richtig Essen, lecker, lecker Hunger, aber es kam, es gab halt nichts. So, das heißt, eigentlich waren die Beeren sogar noch schwieriger. Also ich muss wirklich sagen, nicht zu essen 14 Tage war mit Abstand der leichteste Part an Seven vs. Wild. Deswegen finde ich es umso krasser, dass du an Tag 5 rausgegangen bist beim Trimax. Oh mein Gott. Ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären. Ich will es gar nicht mehr erklären. Man, ich labere doch nur scheiße, Bruder. Hugo, wie geht es dir? Ja, ja. Du warst lange nicht mehr hier auf dem Channel. Viele Leute haben sich gewünscht, dass wir wieder eine Folge machen. Edeltalk? Ja. War das letzte, das mit Pimmeln? Nee, du warst zwischenzeitlich. Nein, das letzte war Pimmeln. Das war mein erstes und letztes Mal. Gab es nicht einen Update, wo du meintest, du wäschst dir inzwischen? Nee, das war einfach so privat. Das war privat, okay. Ja gut, dann date noch mal alle ab, die vielleicht wirklich nur Edeltalk hören. Also du hattest letztes Mal bei uns im Edeltalk gemeint, ey, wasch dir eure Pimmel eigentlich, weil ich nicht. Und warst erstaunt, dass wir es tun. Und dann hast du gesagt, nee, ich werde es mal waschen. Und jetzt, acht Monate später, haben wir ein Update. Was hat sich seitdem verändert? Ich wasche ihn. Ich wasche ihn mittlerweile. Wie oft und wie? Manchmal, wenn ich dran denke. Also nie, immer noch. Wenn ich dran denke, also vergisst du das? Wenn du dich wäschst, damit du einfach Aschschwanz vergessen hast? Das Ding ist, was die ganze Zeit meinte, die Kruste da, alles wäre da irgendwie grün und so. Da war nix, aber alles sauber. Also, aber das Ding ist, wollen wir jetzt wieder über Schwänze reden? Ja, ja, ja. Du bist so Gas. An dem Punkt hat der YouTube-Mitarbeiter, der das hier auf Monetarisierung checkt, schon lange abgeschalten. Jetzt können wir den Schwänze-Torch machen. Ja, okay. Ich habe mir nämlich damals, als ich mir die ganze Zeit eingewiggelt habe, sorry, gewichst habe. Danke. Ich aß nicht immer, wenn ihr sagt gewiggeln, ne? Er korrigiert sich, alles gut. Podcast, family-friendly. Wir sind nicht family-friendly. Okay, ich habe mir einen Satz vorher Schwänze gesagt. Ich finde wirklich, wiggeln ist unfamily-friendly-er als Wichsen einfach. Da weiß man, was man kriegt. Ich finde, wiggeln hört sich so an, als würde man seinen Penis in so ein, wie heißen diese Dinger, das man... Ein Jello, Jello. Ja, in so einen Furz-Schleim reinballern. Ja, ja, genau. In so eine Götterspeise. Ja. Ja, das hätte ich noch. Das wäre ja, ja, ja. Ein Wiggeln hört sich an, als würde man in eine Götterspeise reinficken, Alter. Ja, okay. Ey, ich lebe mal kurz ein bisschen Holz im Ofen ab für alle unsere YouTube-Zuschauer. Nein, das ist ja weiter. Als ich mir ordentlich einen gewichst habe, da habe ich nie, also guck mal, es gibt ja Schlauch und es gibt, man hat die Mütze ausgezogen. Beim Schwanz. Checkst du? Vorhaut, vorhaut, drüber oder nichts? Genau, sowas. Okay, ja. Und ich wichse oder habe immer gewichst oder immer noch, obwohl, ja doch immer noch, wichse ich mit dem Schlauch. Okay, also du wichst mit dem Schlauch. Was heißt das, du wichst mit der Vorhaut hoch und runter? Da kommt kein Dreck rein. Du ziehst die Vorhaut hoch und runter zum Wichsen. Jo, du ziehst deine, du ziehst die Vorhaut, kommt gar nicht. Ja, die Vorhaut kommt gar nicht runter. Deine Eichel wird gar nicht exposed während des Wichsens. Genau. Und deswegen ist es ein hermetisch abgedichteter Raum. Genau. Das ist so, wie eine Art Fermentation. Ja, das ist auch so eine Art, wie so eine Art Quarantäne da drin. Da kommt nichts rein, nichts raus. Ja. Bruder, vielleicht ist da unter der Vorhaut die Lösung für so viele Rätsel oder Heilung für Ebola. Oder alles? Ja, aber ganz kurz, bevor wir, bevor, ne? Ich wasch den aber. Wenn du dran denkst, meinst du gerade? Ja. Weil jeder andere Typ hier im Raum macht das jeden Tag. Aber Hugo, wäschst du den Schlauch? Oder wäschst du auch? Nee, nee, nee. Ich geh rein, ich mach so und dann seh ich da diese Kernspaltung und dann wach ich da rein. Ist das krank. Würdest du den Podcast an der Mom schicken, dass sie mal reinhält, was du so beruflich machst? Das ist doch eh alles egal. Jetzt ist eh egal. Oh Mann. Ja, und wann geht's Steuern sparen? Wann geht's nach Madeira? Hugo ist am Madeira aus. Hugo ist jetzt neuerdings Portugiese, Freunde. Er zieht übrigens um, wegen dem geilen Wetter. Hugo, real talk, freust du dich drauf? Ich freu mich drauf. Wie lange musst du genau, ich hab's vergessen, sechs Monate und einen Tag? Ich will sechs Monate da sein. Und einen Tag. Genau. Ziemlich genau sechs Monate und einen Tag willst du da sein? Nein, vielleicht bleib ich ja länger da. Ja, aber jetzt real talk, freust du dich drauf umzuziehen? Bist du bereit? Ja, also ich hab ein bisschen Angst, weil das ist das erste Mal, dass ich komplett alleine, alleine bin in der Wohnung dann. Weil im Haus ist ja immer noch meine Eltern, Hund, alles. Ja. Aber da bin ich komplett alleine. Es ist ja das erste Mal, dass du komplett auch alleine wohnen wirst, oder? Ja, hab ich schon grad gesagt. Achso, das hab ich nicht gehört. Sorry. Sorry, wir sitzen das erste Mal so weit auseinander. Sorry. Erzähl weiter. Ja, das ist das erste Mal. Hast du akustische Hörprobleme, ey? Meine Ohren, ich hab noch schon richtig Druck auf meine Ohren, immer noch. Mach so, mach so. Krass. Wie? Du musst doch gehen. Also gähnen ist bei mir das krasseste. Ja, aber ich kann nicht gehen auf Knopfdruck. Okay. Bist Opfer. Ja, Mann, das ist mega geil für die Zuschauerbindung. Jetzt werden alle Leute dranbleiben. Ja, nee, dann frag lieber noch jeden Satz dreimal nach, ja. Ja, komm, als immer der Chef. Wo waren wir? Wir waren bei, du ziehst das erste Mal alleine irgendwo ein. Das Einzige, was mich ein bisschen abfuckt, ist, dass ich halt alleine bin. Und ich hab Angst, dass ich gefickt werde dadurch. Aber man muss da durch. Aber du bist doch gar nicht so alleine. Oder meinst du jetzt in deinem Haus? Im Haus. Im Haus. Weil auch andere Leute. Ja, natürlich. Also du wirst dann ganz alleine wohl leben, in einer alleinigen Wohnung. Ja, ich bin komplett alleine. Und das wäre das erste Mal. Wovor hast du Angst? Ja, ich bin halt alleine. Ich mach Stream aus. Dann ist mir der Chip mal eh nur noch in der Wohnung. Keiner da, alleine. Aber ist das nicht jetzt gerade auch so? Nö, zu Hause sind ja meine Eltern Hund. Okay. Hast du jetzt abgesehen vom Hund? Was? Nein, nein, nein. Warum willst du meinen Hund gerade degradieren? Nein, nein, der Hund ist ja immer für dich da. Nicht immer. Aber deine Eltern, wenn du einen Stream ausmachst, Bruder, sind die dann nicht auch schon manchmal schlafen? Ja doch, manchmal sind die schon schlafen, aber ... Also, weil das hatte ich zum Beispiel nie. Wenn du jetzt den Stream ausmachst, setzt du dich dann so abends mit denen nochmal ... Ja, aber es geht ja auch nicht abends, es geht ja auch morgens. Guck, abends dann gehe ich in mein Bett, schau an die mir, fertig. Aber morgens stehe ich auf und dann ist meine Mutter schon da. Ja, okay, ich check. Ja, okay. Dann musst du halt auf Madeira so Sachen machen, dass sie immer morgens irgendwie frühstücken geht zusammen oder so. Ja, du willst doch, das kannst du auch mal unterhalten. In Köln wäre jetzt genau das gleiche, nur damit, dass ich das abdecke. Ja. Weil ich war ja Köln oder Madeira, aber in Köln wäre ja genau das gleiche mit, ich wäre alleine in Madeira. Ja, in Köln wären mehr Leute, mit denen du was machen könntest. Falls du jetzt sagst, hey, ich möchte jeden Morgen mit jemandem zusammen frühstücken, wäre es in Köln vermutlich einfacher, weil mehr Leute da sind, die du kennst. Auf Madeira nicht. Obwohl ich sage, auch auf Madeira, dass das eigentlich möglich ist. Weil es sind auch viele von meinem Management. Ja. Und halt Toni, Simon Unge. Micky. Ja, Micky, aber mit denen habe ich noch nicht so viel zu tun. Ja, okay, gut, ja. Aber wirst du vermutlich mehr haben, wenn du jetzt da bist, würde ich mir vorstellen. Ja, aber scheiß mal auf dieses, ob Madeira oder Köln, aber du bist da aufgeregt, schon alleine zu wohnen, oder? Ja. Ja, aber das kriegst du doch hin, Bro, ist doch easy. Gibt es nur irgendwelche Skills, wo du sagst, die musst du dir noch reinziehen, bevor es losgeht? Ich kann alles. Okay, wir machen den Check. Okay. Okay, kannst du Wäsche waschen? Ja. Wirklich? Ja, ich habe hier auch schon Wäsche gewaschen. Erzähl mal, trennst du Wäsche? Oder wie wäschst du das? Wie wäschst du das? Das ist ein Mythos von 1900, sage ich. Also wäschst du alles zusammen einfach? Alles zusammen. Wie viel Grad? Ich mache immer, wow, chill. Ich mache immer 30, 40. Okay. Ich mache immer dieses Speed-Ding. Okay. Ist 30, 40 Speed-Ding? Ist, wenn man tiefe Temperaturen macht, dann macht der doch eher länger, oder? Nein, 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 ich meine Speed-Ding, Länge, Grad und Drehungsanzahl oder irgendwie sowas. Ja, es gibt immer so ein schnelles Programm. Da ist immer so 30 Grad. Okay. Aber am besten so Unterhosenbruder ein bisschen, ist ein heißer Wasch. Echt? 50 plus, weil da Bakterien drin sind. Oh, das gehöre ich zum ersten Mal. Ja, weil du halt da ja reinwickst, reinkackst. Ich wickst nie immer. Da ist immer so ein bisschen Arschwasser. Was war das gerade, Bro? Nee, ich habe als Jugendlicher damals in meine Unterhose gewickst. Same mache ich immer noch. W. Ist doch geil, oder? Bruder, ich lasse mir doch von der Gesellschaft nichts vorschreiben, wo ich reinwickse. Bruder, ich wickse in Socken wirklich als West-American-Pie, Bro. Mike hat letztens gesagt, er wickst in Socken und hat erklärt, warum er in Socken wickst, weil die Socken eh gewaschen werden dann. Ja, Unterhosen auch. Ich wickse halt, wenn ich in der Unterhose gleich waschen will, in die Wäsche kommt, wickse ich noch mal rein. Gute Wäsche. Aber das Ding ist, ich finde in Socken ein bisschen eleganter, weil da sieht man es nicht so. In der schwarzen Unterhose ist es ein bisschen... Ja, aber schwarze Socken. Ich trage außer die jetzt hier eigentlich... Aber du kannst da halt rein... Also du kannst ja in die schwarze Socke wicksen. Aber ganz gut... Ja, aber in die schwarze Unterhose nicht. Ich habe nie verstanden, dass das so ein Thema ist, weil mit dem Kopf wicksen alle Leute entweder in Hand oder auf Bauch. Ja, ich auf Bauch, aber ich wisch dann immer ab mit Unterhose oder Socken. Ich kann immer danach duschen einfach. Aber man hat nicht immer Bock, dann da die große Schmiererei oder weißt du, vielleicht hast du noch irgendwie... Früher habe ich OP-Skill gemacht. Also ich wickse immer im Bett und dann legst du dich da hin und hier ist ja immer die Fläche, wo das ja draufgeguckt wird. Nur unten? Ne, 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 hier ist der Schwanz. Ja. Und hier. Wenn man älter wird, ist hier die Fläche, wo alles immer kommt. Damals, als ich noch frisch war, ist es bis hier oder Gesicht oder so. Bis hier oder Gesicht. Anscheinend war das echt viel, wenn du hast zwei Hände dafür benutzt. Hast du den Mund mal aufgenommen? Ja, bei mir ist das immer noch bis hier oben. Ja, ich beneide dich. Die Pumpe läuft noch. Wie ist es bei dir? Bei mir war das noch nie bis hier. Aber mir war schon immer, es ist gleich geblieben, trotzdem immer so, würde ich sagen, so hier. Bei dir musstest du aber auch halt so einen Bogen zurücklegen, ne? Ja, ja. Das musst du erst so hoch. Das musst du erst so hoch und dann so. Bei Dominik, da kannst du nicht direkt geradeaus so im 20 Grad Winkel, sondern das muss erst mal so 45 Grad nach oben. Aber man kann das ja auch so steuern, Bro. Also wenn ich das normal wichse für mich so alleine, Bro, dann mache ich jetzt nicht die Weitwix-Taktik. Okay, Hugo, also wegen Umziehen, gell? Ja, wegen Umziehen zum Thema. Ganz kurz, noch eine Frage wegen Waschmaschine. Ja. Wenn ihr dieses Pulver oder dieses Gel, keine Ahnung, wisst ihr, in welches Fach das rein muss? Ja, da steht dran sogar. Nein, aber das ist... Ich mache einfach in alle drei immer rein. Ich glaube, es ist auch einfach... Okay, das ist krass, das ist krass. Also wir haben bei uns... Wir haben bei uns haben wir so ein... Das ist wie so eine Art... Wie beschreibe ich das? Das ist wie so ein Gel, aber das ist in so einer Plastik... Ah, das musst du einfach reinmachen. Das machst du in die Trommel. Ah, Thai-Pots. Ja, genau so, wie so ein Thai-Pot. Den machst du in die Trommel rein und dann haben wir... Wie so ein Pokéball, Bruder. Ja, genau. Und dann haben wir noch so ein... So ein... Ich glaube... Ich weiß gar nicht, was es ist. So ein... Ach, so Geruchsperlen. Ja, sowas... Nee, ich glaube, es ist schon so zum Saubermachen. Nee, warte mal, was ist das? Ich glaube, es ist Antikalk oder so. Ich glaube, weil in Köln ist sehr viel Kalk oder so. Und das musst du oben reinmachen. Das sind die zwei Sachen, die wir reinmachen. Aber ich sage ehrlich, Wäsche waschen bin ich... Mach ich übelst selten. Google Realtalk. Also ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du das alles reinmachst an sich. Aber es steht wirklich oben sogar dran eigentlich. In der Schublade, wenn du mal guckst... Ich habe hier geguckt. Da sind zwei Striche, ein Strich. Was soll ich denn? Ja, ja, Realtalk. Bei meiner Waschmaschine steht auch gar nicht dran. Ja, aber da habe ich die Zeit hier für nein. Okay, Realtalk, aber du gewöhnst dich ja krass dran. Weil du wirst dann da irgendeine Waschmaschine haben. Bro, du wirst es ja... Jeden zweiten Tag wirst du waschen. Wenn ich da bin, mache ich einmal Videocom mit meiner Mutter durch. Die sagt mir alles gut. Das ist ja easy. Also da musst du ja gar keinen Stress machen. Das lernt man ja einmal und dann kann man das. Okay, was ist mit Kochen? Kochen kann ich. Wenn nicht, bestelle ich. Okay, du kannst auf jeden Fall mal dir da bestellen. Ja, das ist krank. Das kann ich in Luxemburg nicht. Okay. Krasseste Frage, weil da bin ich am schlechtesten. Was ist mit Aufräumen? Ordnung halten. Ordnung halten. Kann ich. Kann ich. Also bei mir ist momentan... Ich habe jetzt zwei Zimmer gerade, wo ich... Du hast zwei Häuser sogar, ne? Ich nicht. Aber ich habe zwei Zimmer. Ja. Und bei jedem einen chill ich und schlafe ich. Bei dem anderen streame ich gerade nur. Boss. Und... Das ist so krank. Warum? Ja, ich... Das musst du nicht sagen. Ja, nee, weil ich streame bei dem anderen, weil wenn ich laut bin, irgendwie ab 20 Uhr, dann killen mich meine Eltern. Kannst du nicht dann direkt einfach in dem einen Stream und wohnen? Warum wächst es zwei Häuser hier nicht? Gut, aber wenn er eh zwei hat, warum soll er das so machen? Machen wir auch nicht so bei uns. Ich würde mich ja mies abstressen. Das sind zehn Minuten Autofahren. Achso, du chillst in dem einen Haus und fährst dann in das andere Haus rüber. Also ich stehe auf. Achso, jetzt habe ich mich nicht verstanden. Ich dachte, du hast in einem von den beiden Häusern, die du besitzt... Die gehören wir nicht. ...die deiner Familie gehören oder so. Achso, zwei Zimmer. Ich dachte mir, was meinst du, dass wir das ausmachen, aber ich wollte dich nachfragen lieber. Weil vielleicht hast du heimlich die ganze Zeit zwei Häuser. Nein, nein, nein. Und ich wollte es nicht erfahren jetzt. Nein, 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 nein. Nein. Also ich stehe bei Main House, wo ich auch als Kind war. Da stehe ich auf, bleibe bis zum Mittagessen. Auch wenn mein Vater kommt auch immer zum Mittagessen von seiner Arbeit. Ja. Und dann gehe ich rüber. Zur Maloche. Ja, zum Arbeit. Dann gehst du zur Arbeit. Genau. Ja. Dann stehe ich da und komme irgendwie um 20 Uhr wieder zurück. Und schlafe dann da. Boah, das würde mich voll stressen, dann mich immer ins Auto zu setzen. Boah, ich fuck das auch ab. Weil das fühlt sich dann auch mehr an wie wirklich arbeiten. Genau, du fährst ja wirklich hin. Ja. Aber ich kann halt nicht zu Hause streamen, weil wenn ich da zu laut bin, Digga, dann kriege ich aufs Maul. Und in dem Haus, in dem du streamst, da ist sonst keiner. Das fehlt einfach. Das ist aber geil. Da kann ich Böller zünden um 0 Uhr, juck kein. Ja, das ist schon geil. Das ist auf jeden Fall krass. Und ich habe da auch die größere Fläche für mehr Content. Aber was wolltest du sagen mit Aufräumen? Achso, ja. Bei mir ist es auch ein bisschen unordentlich momentan. Weil ich sage, das ist, weil ich zwei Zimmer habe. Und ich halt bei dem einen nur bin, wenn ich streame und dann direkt rübergehe. Und ich gar keine Zeit habe dafür. So mäßig, du bist jetzt nicht nach dem Stream und denkst dir so, oh, jetzt räume ich hier auf. Sondern du fährst halt hier in der Hause, weil du nach Hause willst. Ja, aber wenn ich ein Zimmer habe oder eine Wohnung, dann würde ich aufräumen, sage ich. Ja, ist bei mir auch so. Also ich sage, bei mir liegt es daran, also bei mir ist es einfach das Streamingzimmer. Der Rest geht einigermaßen fit. Ja, ja, klar. Bruder, ist bei dir nicht aufgeräumter. Ich sage, in deiner Wohnung wird es nicht aufgeräumter sein. Ich finde, Aufräumen ist wirklich einfach ein arschgefickter Prozess. Aber war das auch schon so, als du alleine gelebt hast? Ich habe ja nie alleine gelebt. Naja, mal kurz, oder? Nee, nie. Hä, ich habe nie alleine? Nee, also ich habe zwischen der letzten und der jetzigen Beziehung, habe ich mal so für drei Monate alleine gelebt. Aber da habe ich halt eine Haushaltshilfe. Wie war das? Alleine zu wollen? Ja. Chillig. Sorry. Ich finde es geil, alleine zu sein. Boah, ich habe richtig Angst. Warum? Ich werde traurig. Ich finde, alleine sein. Ja, ich check das. Aber, Huru, du musst checken. Ich finde, alleine sein ist ein Skill oder alleine sein zu können ist ein Skill, den man lernen muss im Leben. Weil es wird immer Momente geben, da ist man mal alleine. Auch wenn man eine Beziehung hat oder so. Und man muss irgendwie das für sich geil auch machen. Du wirst das geil machen. Ich glaube, es wird auch geil sein, dass du da mal alleine bist. Ich unterschreibe auf jeden Fall, was du sagst. Ja. Aber ich finde, man muss auch ehrlich zu sich selber sein. Manche Leute können das krass, manche Leute brauchen das sogar. Ja, okay. Und andere Leute haben wirklich Schwierigkeiten damit. Ja, gut. Und wenn ihr so jemand seid, dann, also klar, man muss schon ein bisschen lernen, aber dann ist es auch okay. Dann sagt man, hey, ich brauche einfach ein bisschen diese soziale Interaktion, vielleicht so wie bei dir das ist. Und dann ist es auch okay und dann versuchst du dir einfach deine Routinen so zu legen, dass zum Beispiel immer nach dem Stream, jeden Dienstag geht ihr Minigolfen oder Essen oder Frühstücken. Ja, aber ich sage sowieso, das ist der Pflicht. Lässt Leute ein zu dir. Ich werde zwei, drei Wochen, wenn ich Probleme habe und dann ist es eh egal, glaube ich. Weißt du, du wirst dich krass dran? Ja. Also zwei, drei Wochen werde ich traurig sein und danach juckt. Ich glaube, du wirst es auch, also mein Feeling ist auch, dass du es mal enjoyen wirst. Ja, ich glaube, kann sein. Einfach mal die Ruhe, Digga, einfach mal zu Hause, mal in Ruhe einfach wichsen, kacken mit offener Tür. Also ich muss sagen, ja, 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 ja. Holy shit. Also ich muss sagen, als ich dann, ich war ab, ja auch. Oder rumpenschreiben. Auch mal alles liegen lassen. Einfach mal alles liegen lassen. Aber das sind die schönsten, wirklich, ich genieße das jetzt noch, bis ich mit Julia zusammenziehe, endgültig. Diese Tage, wo ich einfach ganz alleine in der Wohnung bin, ich weiß, es ist heute nichts mehr, nichts mehr auf dem Terminplan. Gar nichts, ich kann einfach chillen. Es kommt auch niemand mehr. Digga, dann komme ich zur Tür rein, wenn ich irgendwo war, Sport oder so, ich komme zur Tür rein. Ich ziehe mich einfach im Flur komplett aus. Alles lasse ich liegen. Dann gehe ich in die Küche, koche mir irgendwas. Nackt? Nein, du kochst aktuell noch. In der neuen Wohnung geht es nicht mehr. Ich habe noch nie nackt gekocht, weil ich denke dann immer so, oh, was ist, wenn Nachbarn reingucken und so. Bruder, du weißt doch, bei mir die Küche, wo die rauszeigt, ne? Das ist halt so straßemäßig. Aber ich denke halt immer, Bruder, wenn einer sieht, soll der gönnen, soll der das machen. Bruder, wir leben in Deutschland, FKK, verstehst du? Du guckst einfach so hoch und siehst einfach so einen Männerarsch, der gerade so schicken Nuggets anbrät, Alter. Digga, ich stehe da und schwinge ihn noch ein bisschen, ja, klar. Hast du nicht Angst, dass diese Fettteilchen auf deinen Körper rauskommen? Ist mir schon passiert. Ja, guck. Ich stand komplett nackt mal in der Küche, habe irgendwas angebraten mit viel Öl, Bro, und dann habe ich den großen Fehler gemacht, auch ein Kochskill, wichtig für dich alleine, wenn du was in eine heiße Pfanne mit Öl reinlegst, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Steak oder whatever, oder auch irgendwas Längliches, Flaches, dann musst du es immer von dir weg in das Fett reinlegen. Ist ja eigentlich klar. Ja, hey, soll ich das auf meinen Körper drauf machen? Nein, 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 nein. Schau, wenn das jetzt die Pfanne ist, hier so, dann lege ich es so rein. Also im Sinne von, du machst als erstes die Fläche, die nah an dir ist und machst dann die Fläche zu dir weg. Oder von dir weg. Aber an dem Tag bin ich verrückt gewesen und habe es so reingelegt, zu mir hin. Und weißt du, was dann passiert? Wenn das letzte Stück runterfloppt, dann spritzt das Öl aus der Pfanne raus. Ich habe hier komplett hier Verbrennungen gehabt, Brandblasen, alles am Bauch, weil ich halt nackt war. Zum Glück nicht auf meinen Schwanz oder so. Bruder, imagine so heißes Öl, Olivenöl, schön auf den Lörres, Alter. Ey, wenn es auf den Schwanz gäbe, wäre wirklich was für ein Arzt. Boah. Das hat auch so Brandblasen gegeben. Okay, Story, ne? Gestern Chili geschnitten, habe ich dir schon erzählt. Ach nee, jetzt geht die Chili-Scheiße wieder los, Mann. Ja, aber es ist wirklich so. Mittlerweile ist es, glaube ich, weg. Du meintest ja, nee, ich glaube, du warst das mit Handschuhen, dass man die mit Handschuhen schneidet. Aber ich nicht, aber ja. Das habe ich vorgelesen, ja. Hugo hatte gestern bei unserem Kochen die Aufgabe, dass er die Chilis schneiden sollte. Und dann sind Dinge passiert im Schlafzimmer. Jetzt kannst du weitermachen, sorry. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann hat gesagt, man soll das mit Handschuhen machen. Da dachte ich mir, ja, Juck, scheiß drauf. Dann, nach fünf Stunden, haben meine Fingerkuppen angefangen zu brennen. Aber ich dachte mir nichts dabei. Dann war ich da oben in meinem Zimmer, ich dachte mir so, ja, komm, jetzt eine Wichsung. Dann wichse ich mir den Schwanz. Nein. Doch, ich schwöre, auf einmal, ich merke so, wie ich neue Magie entfesse, während dem Wichsen. Und mein Schwanz einfach brennt. Das ist so kacke. Aber ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Du hast die mit Chili an den Händen eingewixt. Warum hast du die von den Händen gewaschen? Ich habe die gewaschen. Mit Seife? Diese, ja. Oder? Auf jeden Fall habe ich die danach mit Seife gewaschen, als mein Schwanz hat schon infiziert war. Aber es hat trotzdem gebrannt. Und es hat heute immer noch gebrannt. Und meine Haut ist auch irgendwie anders da. Am Schwanz gebrannt oder an den Ringern? Also, Bruder, ich sage ehrlich, er hat eine ganz normale Supermarkt-Chili geschnitten. Nein, nein, nein. Nicht irgendwie eine Habanero in der Hand gehabt, Bruder. Lil Bro tut so, als hätte er Carolina Reaper in der Hand gehabt. Schärfste Chili der Welt. Bruder, es war eine normale Chili. Die war so scharf wie eine Paprika. Ja, die war ein bisschen schärfer schon, aber die war wirklich so Standard. So eine klassische Edeka-Chili. Ja, aber ich habe die am Anfang gegessen und du meinst, das wäre das schärfste Punkt. Und das hat zehn Minuten oder 15 Minuten an meiner Zunge richtig gebrannt. Das hätte ich Hotchip gegessen. Ja, gegessen, aber du hast sie ja nicht an den Händen. Und weißt du, was er bekommt hat dafür? Zwei Samen gibt es auf seinem Schatten. Ja, stimmt, stimmt. Dominik meinte, Hugo soll ein bisschen was davon essen, einfach so roh. Und du bist voll abgekackt irgendwie für 40 Minuten da. Ich habe gerade 15 gesagt. Hast du meine Hotchip hier reingepfiffen? Zweimal. Und war nicht schlimm? Das war scheiße schlimm. Ich fand Hotchip war wirklich dreimal sogar. Warum dreimal? Einmal das erste Mal, dann nochmal und dann Gamescom nochmal. Einmal das erste Mal, dann nochmal. Ah ja, gut, dann wissen wir Bescheid. Die ersten zwei Male sind damit geklärt. Da frage ich gar nicht mal weiter nach, Marc. Ich habe noch wirklich sehr raritätsmäßig noch einen Hotchip zu Hause rumliegen, Bro. Ich glaube sogar zwei. Ich habe vier Hotchips zu Hause rumliegen. Und die sind inzwischen ja komplett verboten. und ich sage, ich werde die irgendwann verkaufen bei Ebay oder so und werde einen richtig dick Profit damit fahren. Warum sind die immer verboten? Weil Leute gestorben sind da dran. Einer ist gestorben, aber ich glaube, der hat 41 gegessen. Nee, nee, ich glaube, jemand hat 41 gegessen. Ich glaube, er hat 41 gegessen, aber er hat die amerikanische Variante gegessen. Das war irgendwie so was anderes. Aber die sind stärker, oder wie? Weil ich habe gehört, ich glaube sogar auch in Deutschland, dass die das an der Schule gegessen haben und dass sich da jemand verschluckt hat und ins Krankenhaus musste. Und daraufhin hat der Verbraucherschutz gesagt, wir machen das nicht. Das ist original die Bubble Tea Story bei Meckes damals. Was war da? Was war da? Bubble Tea? Bubble Tea kam in Deutschland ziemlich früh schon durch Meckes. Dann hat sich ja ein Kind daran verschluckt, ist erstickt oder so. An so einer Bubble, an so einem Bober. Stimmt. Und dann war das wieder mal so fünf Jahre weg. Und dann kam es ja erst wieder. War das bei euch auch so? War ja zu elf oder so. Bubble Tea war bei mir in meinem Kopf irgendwann gestrichen, weil irgendwann ging so dieses krasse Gerücht rum, dass man noch von Krebs bekommt. Ja, ja, ja. Das war zu der Meckes Zeit. Hatten es alle gehatet. Ja. Das ist so süß. Da kriegst du Krebs. Da kannst du ersticken und so. Das war crazy, Bro. Bubble Tea wurde so gehatet. Jetzt der Hot Chip auch. Ich sage, wer ist als nächstes dran? Kann ich in Deutschland noch überhaupt als Kunde noch selber meine Entscheidungen treffen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es krass, weil diese Hot Chip Company ist dann aber hingegangen und hat gesagt, fuck man, Leute, unser Konzept, wir machen einen scharfen Chip, den so YouTuber essen wie Hugo. Sorry, den so TikToker essen wie Hugo. Das ist jetzt over. Wir brauchen was Neues. Und dann sind die jetzt auf die Idee gekommen, dass sie den Salt Chip machen. Ich habe den noch nicht probiert. Question. Ist das confirmed von den Leuten? Ist confirmed. Oder ist das so ein Marvin-Wild-Hage-Ding? Ist confirmed von den Leuten, ja. Haben auch schon welche gegessen. Und der ist halt wohl sehr salzig einfach dann, oder? Digga. Kennt ihr von unserem gemeinsamen Freund und uns vielleicht bekannten Insekthaus Adi? Der Insekten-Typ. Was? Der Insekten-Typ, Bro, der immer sich Insekten ins Gesicht macht. Ist so ein TikTok-Guy, der immer so Leuten Insekten ins Gesicht setzt und so. Der war viel beim Rob-House und so. Kennst du vielleicht nicht. Ist auch egal. Doch, jetzt doch Rob-House. Ja, ist ein guter Mal. Adi mit so Skorpionspielen. Ja, genau. Auf jeden Fall, der Bruder macht ja auch so einen Kanal, wo er basically so eine Schachtel hat mit so Mehlwürmern, die halt alles fressen. Und er packt immer nur irgendeinen Gegenstand in der Mitte eine Zitrone, eine Pizza, irgendwas und macht eine Timelapse, wie diese Würmer das langsam auffressen. As by the way, so ein kranker Money-Glitch, oder? Der kauft sich immer diese Würmer, Bruder, was kosten die? Zehn Cent oder so. Macht eine Kamera drauf, filmt das einen Tag lang. Wenn du das auf TikTok guckst, das kriegt 100 Millionen Aufrufe oder sowas. Mit dem neuen Bezahlungsprogramm gerade sind das dann, was sind das dann? 100.000 Euro. Also wenn es jetzt 100 Millionen wären, wäre... Ja, oder sagen wir mal, es gibt eine Million. Eine Million wären, glaube ich, 100 Euro. Also gönne ich dem Bruder auf jeden Fall. Er macht das in den Second Shit. 800? Boah, krass. Ja, je nachdem. Boah, T-Kack ist crazy paid. 80er CPM oder so, ja. Aber, also er hat jetzt auch den Salt-Chip da mal reingemacht zu den Mehlwürmern. Das wollte ich erzählen. Er macht halt immer alles Mögliche rein, die Würmer fressen das immer möglich. Die haben auch eine Zigarette schon aufgefressen, wo die Würmer fressen alles. Die kann nichts verwüsten. Diese Gottverdammten hohen Sohn. Diese Würmer, Bruder, die leben einfach. Die sagen, was bringt der Wichser uns heute wieder? Pizza, geil. Aber meinst du, es sind immer die gleichen? Oder wenn die jetzt so eine Zigarette essen, verrecken die und der muss neu reinmachen? Ja, ist das Ding. Also wenn die Zigarette haben, alles sehr enjoyed. Aber die haben erst den Tabak gefuttert und dann das Papier sehr langsam. und gesagt, Papier, ja gut, ess mal halt. Da habe ich gesagt, gut, wenn es sein muss. Und jetzt macht er den Salt-Chip rein, Bruder. Aber am Ende des Videos, da lebt fast kein Wurm. Aber das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Alle verriegt. Da sind so viele gestorben. Nein. Wir müssen ihn mal fragen, vielleicht war das Zufall, dass die eh am Ende ihres Lebenszyklus waren. Aber ist ja komisch. Bruder, also am Anfang sind er schon lebendig, also ein paar tot, aber so alle lebendig eigentlich. Er macht den Salt-Chip rein, Timelapse, keine Ahnung, ein, zwei Tage, Bruder. Ab, warst alle tot. Am Ende sind noch die drei letzten Würmer, die dann noch sagen, Salt-Chip essen, Salt-Chip essen, eine letzte Destination. Ich meine, also es ist ja schon für uns, also wir Menschen halten vermutlich mehr aus als so ein Mehlbogen. Ich hoffe es, ja. Und man kennt es ja schon, wenn wir jetzt, also wenn man jetzt mal so ein bisschen zu viel Salz, ich hatte ja diesen einen Fail, ich habe mal letztens was von TikTok gekocht und da hatte die bei ihrem Rezept, was sie niedergeschrieben hat mit Hand, hatte sie einen Rechtschreibfehler und hat anstatt TSP, also Teaspoon, TBSP geschrieben, Tablespoon. Und dementsprechend habe ich anstatt zwei Teelöffel, zwei Esslöffel Salz reingemacht in meine karamellisierten Zwiebeln und das war so krass salzig. Und wenn man was krass übersalzendes hat, dann schmeckt es ja schon so ein bisschen, oder fühlt es sich so ein bisschen ätzend an. Als hätte man so wie so Säure im Mund. Nein, warum nicht? Hattest du mal was sehr übersalzendes gegessen schon mal? Ja, ich habe mal Salz in mein Essen reingekippt und dann ist alles reingegangen. Da habe ich doch auf Krampf versucht, irgendwas zu essen, aber ging nicht mehr. Wie hat das geschmeckt in der Mund? Salzig. Aber war das so salzig, dass es sich schon so ein bisschen wie sauer angefühlt hat? Ja, das ist ein bisschen so. Weiß nicht, was ihr wollt. Okay, gut. Aber ich glaube, die meisten checken das. Ja, ja, die meisten checken das, ja. Hattest du diesen Punkt irgendwie da noch? Achso, sorry, war ich mit dem Reden dran? Ja, ja, du redest doch. Der Trip nimmt uns mental sehr mit, Leute. Genau, was ich sagen wollte. Ich frage mich, wie das ist, wenn man den isst halt. Also, das fickt einen das hart. Wie salzig ist der? Schmeckt der dann schon so säuremäßig oder so? Wie krass ist der? Wir müssen den eigentlich bestellen, Mann. Eigentlich jetzt will ich wissen, wie der Salzig ist. Das ist so ungesund, die Scheiße, ja. Ja, dann lass einen, dann machen wir wirklich, dann machen wir die kompletten Klicks. Das fahren wir ab. Dann essen wir von unseren verbotenen Hotchips und dann auch den Salchip. Nee, ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine kaputte Version hatte oder so. Hotchip war mega chillig. Ich fand das einzige beim Hotchip, was nicht chillig war, das ist ja wie so ein Tortilla-Chip und da ist ja so dieses scharfe Pulver drauf. Das Pulver ist halt so staubig und ich habe halt mich verschluckt wegen dem Pulver. Ja, das Aß. Aber die Schärfe, die Schärfe war vielleicht eine 5 aus 10 oder so. Ja, das ist krass. Nein, Retort, Retort. Vielleicht hattest du echt einen kaputten Bock. Marsha hat auch genau das gleiche gesagt und bei Marsha war es nur so, die hat sich halt fast übergeben und verschluckt, weil sie sich halt wegen diesem Pulver, weil das Pulver so in die Atemwege ging. Das war das Einzige, was du nicht hast. Ist das auch nicht scharf? Nein, null. Ich hasse scharf. Das ist halt ein Skill, den man halt so trainiert. Ich habe es noch nie probiert, Mann. So trainiert oder so. Will ich mal testen. Ja, aber dann, wir müssen den Salchip mal testen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so richtig eklig salzig sein. Wahrscheinlich sogar Salz oben drauf und dann haben die bestimmt so eine Flüssigkeit auch drauf gemacht irgendwie so, weil die auch richtig salzig ist. Also meine Prediction ist, der Salchip ist 10-mal räudiger als der Hotchip. Ja, ich glaube auch. Weil der ist nicht nur, das ist nicht nur ein Schmerz. Weil mein Hotchip ist ja nur Schmerz. Der ist ja nicht eklig in dem Sinne. Ja, man kotzt da aber auch. Ja, von der Schärfe. Aber verstehst du, es ist nicht so, als müsst ihr jetzt ein Soul-Streaming essen. Aber ich glaube, der Soul-Chip gibt dir so. Ganz kurz, Soul-Strimm. Soul-Strimm hundertmal einfacher als Hotchip, sage ich nicht. Was? Hundertprozent. Das ist kein Gescheit. Hast du mal ein Soul-Strimmi gegessen? Ja. Das Einzige, was ich da eklig fand, war, diesen Fisch da zu zerteilen. Aber sonst, easy. Gestank, atmen mit Mund, essen, schmecken ein bisschen salzig. Hattest du nicht bei dem Soul-Strimmi in deiner Garage und hast du irgendwie so eine halbe Stunde so geschrieben und so? Ja, weiß ich. Ich erinnere mich daran, du kennst gerade Kremkronen. Der Content, Hugo. Ich habe das geguckt, Bro. Der Content. Eine halbe Stunde haben Leute in meinem Chat geschrieben, guck, Hugo. Der ist gerade so strübing. Und dann warst du in so einer Garage, Bro. Ja, aber der Soul-Strimmi. Und neben dem Auto und hast du ... Der war auf gar keinen Fall easy, Bruder. Doch. Der war nicht easy, aber der war einfacher als der Hotchip, sage ich. Ich fand Hotchip war wirklich ... Weil das Einzige, was ich da ekelhaft as fuck fand, war ... Weil das Ding ist, bei den meisten ist dieser Soul-Strimmi, glaube ich, schon so zerfallen. Bei mir waren aber noch diese ganzen Fische da. Und erstens, ich hasse Fische über alles. Was für Fische? Ja, das sind doch Fische. Ja, aber was meinst du mit den ganzen Fischen? Ja, das war ... Bei einer Packung Fisch, der Fisch, die ist so. Was ist bei den anderen sonst drin? Nee, das ist so zerfallen bei den anderen. Du merkst gar nicht ... Das war bei uns doch auch eher so ein Glibber. Ja, bei den meisten ist das so zerfett schon. Weißt du, was ein kam, Bruder? Vielleicht hast du dir einen Soul-Strimmi geholt, der so nur ganz bisschen. Vielleicht hat es deswegen auch nicht so gestunken, Bruder. Weil wir das gemacht haben, Digga, musst du das auch evakuieren. Das war schon sehr eklig. Das war krank. Aber ich muss auch sagen, ich fand es auch nicht so schwer. Das stimmt. Weil wenn du durch die ... Also ich habe es so gemacht, ich habe es in meinen Mund genommen, direkt runtergeschluckt. Ja. Und durch den Mund geatmet. Und meine Nase ist kaputt. Ja. Ja. Ja, mir auch. Das war relativ easy. Da fickt mein Kopf rein, Mann. Ich kann das dann nicht, Alter. Die Videos könnt ihr auch anschauen, glaube ich. Eins, glaube ich, bei mir als bei dir. Ich musste einmal so einen schimmligen Tofu essen. Und dann diesen Soul-Strimming. Ja. Und wir beide oder so. Und das war der gleiche Geschmack. Das war so turbo-gammelige Scheiße. Aber das gönne ich mir gar nicht rein. Aber ich glaube deswegen, dieses Hot-Chip macht die physischen Schmerzen, weil es zu salzig ist. Und schmeckt aber auch noch eklig on top. Im Gegensatz zum Hot-Chip, der einfach halt scharf ist, aber irgendwie auch lecker. Wie so ein schöner Scharfer-Tortier. Hast du schon mal gegessen? Nee, Mann. Aber ich stelle mir das mal vor. Also ich sage ehrlich, wenn dieses Pulver, was in die Atemwege nicht geht, beim Hot-Chip nicht wäre, dann würde ich mir davon auch eine Packung reinknallen. Digga, du Lava-Scheiße. Nein, Real Talk. Frag Marsha. Ich fand es wirklich nicht so krass. Sie fand es auch nicht krass. Aber wir essen halt auch wirklich relativ häufig scharf. Ja, ja. Also wir machen wirklich alles an, was wir essen, machen wir gefühlt scharf. Digga, man kann da gar keinen Geschmack schmecken, weil da nur diese scharfe drauf ist. Du schmeckst da gar nichts. Fand ich nicht. Ich fand es wirklich okay. Hugo, was ist dein Lieblingsgericht? So, wenn du jetzt, wenn du sagst, Dominik, du kannst mir wirklich eine große Freude machen, wenn du mir das kochst, was meine Leib spaßt. Burgerschnitze. Burgerschnitze. Das ist so eine Liste von so einem Achtjährigen. Ja, das sagst du jedes Mal. Ja, aber was die Wahrheit ist, Bruder. Okay, aber dann erklär ein bisschen. Was für ein Burger? Was hast du da gerne drauf? Was findest du geil? Wie würdest du deinen perfekten Burger-Burger? Boah, Mann, das lasse ich andere entscheiden. Ich fach keine Ahnung. Ja, Patty. Och, Mann. Was? Was? Leute, wir hätten es ohne Hugo. Nein, nein, ist okay. Wir hätten es ohne Hugo. Ist ja nicht fertig. Also, Hugus Lieblingsburger ist schon mal mit einem Patty. Das ist ja schon mal was. Aber was für ein Patty? Patty. Also, sagen wir mal, man muss dazu sagen, Leute, Hugo hat sich in diesem Trip entschieden, Vegetarier zu werden. Nee, nee, ist kein Gag jetzt. Ich will auch keine Punchline da irgendwie aufwollen. Ich find's wirklich sehr geil. No joke. Find ich No joke richtig geil. Aber wir sagen mal, du darfst jetzt auch, weil du davor ja Fleisch gegessen hast, du darfst jetzt auch Fleisch mit einbeziehen. Was würdest du dir mit reinmachen? Wäre es ein Rindfleisch-Pattie? Rindfleisch. Oder vielleicht, es gibt ja auch, was ich persönlich sehr underrated finde, in meiner Opinion, ist ein Schnitzel-Burger. Schnitzel-Burger ist underrated. Das gab es bei uns früher übelst oft. Ist krank underrated. Aber das ist kein Burger. Das ist doch kein Burger. Das ist kein Burger. Also, das sage ich ganz ehrlich, das ist ein klassischer Schnitzel weg. Wie? Schnitzel weg. Aber ist es dann auch so mit Burger-Bun und so? Also, ein Schnitzel weg ist halt… Weil es klingt wie ein Brötchen einfach. Ja, es ist ein bisschen was. Da gehst du zum Bäcker und sagst, du hättest die Alternative zum Leberkäse weg. Nee, nee, das ist aber was anderes, Bro. Weil du redest gerade von einem Schnitzel-Brötchen quasi. Weg. Was ich meine, ist wirklich ein Schnitzel-Burger. Wir haben bei uns immer… Früher war das so ein Ding, wir haben so ganz normale Burger-Brötchen, haben die in den Ofen gemacht und so. Und dann schön ein Schnitzel drauf, Salat, Ketchup und dann boom, rein in den Maul. Das war übelst geil. Underrated. Ja, ist auch geil. Jetzt du. Rindfleisch-Pattie, Bacon, geröstete Zwiebeln oder diese Lila-Mini-Zwiebeln da. Stark, ja. Ja, Salat, jetzt Tomate, seid ihr Tomaten-Fans? Ja. Auf Burger auf jeden Fall, ja. Aber für mich persönlich, wenn ich ihn selber bauen würde, würde ich die kleinen Tomaten holen. Ja, ja, kleine Tomaten. Kleine Tomaten sind leckerer. Bro, ich finde, okay, ich muss eine Sache sagen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine Tomate, die so groß ist, dass sie das ganze Patty ausfüllen. Ja, das ist scheiße. Das ist ekelhaft. Da hat doch jemand, der gerade gesagt hat, oh, wie satisfying, symmetrisch, nein, Bruder. Nein, das sieht als erstes scheiße aus. Zweitens, Bruder, was ist das für eine genen, hochgezüchtete Scheiße? Gib mir diese geilen kleinen Tomaten. Ja, diese Mini-Tomaten, aber dann einmal schneiden und drauflegen. Stark, Bruder. Ich mag Tomaten gern, aber auf meinen perfekten Burger müssen die es gar nicht unbedingt drauf. Ja, sehe ich auch. Äh, den gar nicht ist so krass. Aber, Bruder, erzähl. Dann Big Mac-Soße auch, geil. Ja, ist eine leckere Soße. Ja. Big Mac-Soße ist ja Ketchup, Mayo, Senf und ein bisschen Essigwasser gemischt und ein bisschen Gewürz. Hab ich mal selber gemacht? Juck keinen. Das war überkrass. Ja. Und was? Nix, alles gut. Äh, ja. Was hast du gesagt? Blut, Blutelf. Ich hab gesagt, juck keinen. Achso, stark, Bruder, okay, weiter. Zu mir oder zu ihm? Zu ihm. Gut. Äh, sonst wird's rausgeschnitten. Sonst werde ich hier wirklich ausgeflippt. Ja, Ketchup, tonnenweise Ketchup drauf. Noch on top zur Big Mac-Süße. Ja, ich denke, immer wenn ich Burger esse, ich dippe immer einen Ketchup rein. Den ganzen Burger? Boah, muss ich aber auch sagen, hört sich reulich an, find ich aber geil. Ist auch geil. Ich finde auch. Das ist sowas Amerikanisches. Ich finde auch, okay, da werde ich jetzt, da stirbt jetzt ein Italiener, wenn ich das sage. Ich bin jetzt nicht so der Pizzaesser, aber meine Pizza in Ketchup dippen. Nee, Digga, du bist nur ein Kompromiss. Kompromiss, Kompromiss. Den Rand, den Rand. Ja, Rand ist okay, aber Pizza nicht. Deutschland muss, und das sag ich jetzt ganz ehrlich auch, weil ich hier gerade im Exil in der Schweiz sitze und keine Sanktionen zu befürchten habe nochmal einen Moment. Deutschland muss wirklich da das Game upsteppen, was das Thema angeht, Pizza-Rand dippen. Wirklich. Dass ich nur nicht in jedem Pizza-Liefer-Dings einen Dip dazu bestellen kann, ist crazy. Und versucht mal von Sriracha die scharfe Mayo zum Dippen des Randes und danach werdet ihr mir danken und für immer euer Leben verändert haben. Oder die QP-Mayo. Herr Teller. Ich möchte da sagen, da gibt es einen Lieferservice in Deutschland, der das wirklich gut macht, ohne dass das jetzt hier ein Placement ist. Aber Domino's hat da wirklich rausgefunden, was abgeht. Die Wixer, ja. Weil die haben einen Domino's Pizza-Dip und scheiß mal auf die Pizza, die die machen, aber dieser gottverfickte Pizza-Dip, den die machen, ist so brutal hart. Und auch gute Größe. Der ist geil, der ist so groß, der kann man gut reindippen. Bruder, die haben es gecheckt, schaut doch Domino's. Domino-Callers, Digga. Wir machen den. Boah, einen Domino's Caller würde ich machen. Wir machen den Call-App, Alter. Okay, ich finde den Burger geil. Finde ich einen guten Burger. Danke. Ja, aber warum hattest du gefragt, was denn Lieblings essen ist? Ja, weil ich irgendwie so ein bisschen versuche, will ich immer so, versteht ihr, der Mann hinter der Maske. Wer ist letztens Hugo wirklich? Scheiße. Wow. Burger und Schnitzel. Burger und Schnitzel. Aber vielleicht manchmal, weil ich war Hugo, manchmal, wenn man auf die Suche geht, dann findet man halt auch nichts. Und das ist auch in Ordnung. Verstehst du, was ich dir sagen will? Was meinst du? Manchmal bricht man auf, auf ein Abenteuer und sagt so, ich möchte jetzt was rausfinden. Ja. Ja. Und manchmal muss man dann halt auf dem Weg sagen, wenn man so die ersten Erkenntnisse gewonnen hat, muss man dann manchmal sagen, okay, ich glaube, es wird hier nichts. Es gibt nichts mehr mehr, was ich noch rausfinden kann. Bruder, ich habe absolut keine Ahnung, was Dominik gerade sagt. Was redest du? Nein, ich dachte, du kennst das ab. Ich check genauso wenig wie du, Hugo. Ich habe keine Ahnung, worüber dieser Typ gerade redet. Leute, wenn ihr checkt, was ich meine, schreibt es in die Kommentare. Unter den ersten 100 Leuten, die das schreiben, verlosen wir keine 100 Euro. Kein Geld. Stark. Aber ihr könnt es einfach mal trotzdem machen. Aber was meinst du jetzt genau? Ja, klar. Nein, meine, keine Ahnung, Bruder. Hugo, du bist einfach ein simpler Mensch und das ist einfach krass. Simpler Mensch? Ja, du bist einfach irgendwie so simpel und damit irgendwie glücklich. Ich wünsche dir manchmal, ich könnte mehr sein wie du. Bin ich glücklich? Das weiß ich nicht genau, aber du wirkst jetzt zumindest nicht tief depressiv. Ja, okay, was ist dein, was ist, hä? Digga, wir reden von Lieblingsessen. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, aber er meint im Sinne von, er meint im Sinne von, du brauchst jetzt nicht ultra luxuriöse Essen, sondern du bist nicht zufrieden mit diesem simplen Schnitzel Pommes mäßig. Ich meine das wirklich ganz, ganz im Ernst, Bro. Gar nicht jetzt um so abwerten oder sowas. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag Essen sehr, man sieht's, Essen sehr, sehr gerne, ja? Ich genieße. Ich bin wirklich großer Genießer. Ich bin auch ein großer Freund. Ich wünsche, ich hätte unendlich Geld. Ich würde so viele Sterne Restaurants und so ausprobieren. Ich liebe das, auch eine Art. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist mein Lieblingsessen, Bruder? Weißt du, was mir im Kopf losgehen würde für eine verkackte Scheiße? Oh mein Gott, Digga, das muss ich überlegen. Irgendwas vielleicht, irgendwas mit Nubel, weiß ich nicht. Ich könnte dir gar nicht so eine richtige Antwort geben, weil ich viel zu verkauft bin, viel zu kompliziert bin. Und du bist einfach jemand, der sagt, ich hab verfickte zwei Sachen, Burger und Schnitzel. Und du sitzt da und du bist so einfach geil damit. Und deswegen finde ich dich einfach geil. Ich finde, du bist Kind gewesen. Und wünsche mir manchmal, dass ich manchmal in manchen Sachen vielleicht wäre, wer wie du. Und du wünschst dir das vielleicht in manchen Sachen bei mir. Und dann sind wir eine gute Truppe. Und Kevin halt auch, ja? Wir sagen jetzt jeder eine Sache. Was willst du sagen erstmal? Mein Lieblingsessen, Burger mit Pommes, Schnitzel mit Pommes. Aber immer kleine gemischte Salat dazu. Junge, krank für Vitamine auch noch. Boah, den finde ich aber geil. Aus der Pistole geschlossen. Okay, jeder sagt jetzt über eine Person hier im Raum, also von den Leuten, die vor der Kamera sind, was nett ist. Dominik fängt an. Also, muss ich mir jetzt jemanden aussuchen, oder was? Du sagst es über die anderen Reihen. Ich hab das gerade schon bei Hugo Baselie gemacht. Ja, okay. Das finde ich bewundere ich wirklich bei dir, Hugo. Also, dass du so, dass du einfach voll genau irgendwie weißt bei vielen Dingen, was du einfach magst, was du nicht magst und was du machst und so. Und du bist einfach in einem Film drin und machst es einfach nicht so verkompliziert, weißt du, du siehst, ich lieb, wie es ist, aber gut. Danke. Das mag ich an dir. Und dann Kevin mag ich, ähm. Spaß. Ich mag so viele Sachen, die du hast jetzt schwierig, eines zu sagen, auch die es nicht so intim ist. Nee, du musst jetzt was sagen. Ja, normal. Ja, wir sagen fast jede Folge sowas. Ach so. An dir, Kevin, mag ich das, wenn man mal sagt, ey Bros, ist es mal kurz ernst, geh mal kurz so ein Twitter runter, wir müssen jetzt mal kurz über irgendwas reden oder sowas. Dann hat man manchmal mit dir Momente, wo du so klar da bist, wo man so eine Connection mit dir hat in dem Moment, dass man da einfach mal, also vielleicht ist das einfach nur, weil ich das selten bekomme oder so, aber ich finde das richtig schön, wenn ich mal mich mit dir unterhalten kann. Und ich habe das Gefühl, dann in diesem Moment bist du wirklich 100 Prozent da. Weil das Ding ist halt... Nein, 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 Re-Talk, Re-Talk. Nein, nein, gar nicht so, Kevin ist immer abgedeckt. Kevin ist viel am Handy und voll oft sage ich was und er merkt nicht mal. Das kennt man ja von ihm. Aber das Ding ist, andere Leute sind gar nicht so viel am Handy, aber da ist 100% der Zeit, wenn ich mit denen rede, sind die so halb da und halb juckt die auch gar nicht, was man sagt, Bro. Und wenn du da mal da bist, Bruder, dann weiß ich wirklich, du bist hier gerade so da und wir können jetzt hier Pferde stehlen. Du meinst so im Sinne von, wenn es darauf ankommt, bin ich da so mental. Ja, und wenn du merkst, wenn es wichtig ist, bist du auch da. Oder hast auch immer einen guten Rat für mich parat. Schön, du sagst, mein Bruder. Ich habe mir mit dieser Hand gerade am Fuß rumgespielt. Okay, boah, jetzt bin ich dran. Warte, dann müsstest du doch was Schlechtes sagen, oder? Nein, wir machen nur gute Sachen. Okay, wir sagen nur gute Sachen, ja. Das ist heute der positive, weil wir sind, man muss sagen, es ist Tag 13 von diesem Trip, der laugt über Team aus, wir sind alle am Arsch, wir brauchen keine negativen Sachen, wir brauchen nur die positiven. Okay, ich finde an Hugo sehr geil, dass immer, wenn du mit in der Konstellation bist, dann wirst du kurz sagen, was mein Bruder liebt. Geht's gut, Bro. Alles gut, ich lebe. Immer, wenn du mit, zum Beispiel, in einem Stream bist, oder auch, wenn wir privat oder so chillen, ich finde, das ändert die Dynamik von so einer Gruppe, wenn du mit dabei bist, ins Positive. Es ist immer irgendwas Lustiges, du kommst immer mit irgendeiner Scheiße, wo man sich so denkt, Bruder, was zum Fick, laberst du gerade? Aber ich feiere so Momente sehr, und ich finde, das sind immer gute Momente und auch im Stream ist das auch so, da passieren viele, sehr viele lustige Momente, sehr natürlich, also man merkt, du machst das jetzt nicht, auch wenn du sehr overactest manchmal, aber man merkt, du bist einfach so und es ergibt sehr viel für die Gruppe oder für den Stream, was ich sehr geil finde. Und bei Dominik finde ich es geil. Ein Beispiel vielleicht, Hugo hat uns Sven im Skitrip einmal angerufen, da war Kevin nicht irgendwo auf der Piste unterwegs oder so. Und dann hat Hugo uns einmal angerufen und meinte, ob er die Zitrone im Kühlschrank essen kann, weil der Chat sagt, die hat Red Tide. Und er schwört bis heute, dass er das ernst meint. Wir haben ihn off-cam gefragt. Dominik meinte so, wir haben den Stream ausgemacht, das war relativ am Ende des Streams, Dominik meinte am Ende des Streams, Bro, wegen diesem Red Tide, der Zitrone so, ich check für Content und so, alles gut und so, aber wie sehr hast du ernst gemeint? Er hat gesagt, du hast ernst gemeint. Ja, aber dazu muss man auch noch sagen, das hast du ja selber gesagt, du bist das, der ganze Chat hat geschrieben, Red Tide, pass auf, Digga, du stülpst. Und ich hab das so weggeguckt, auf Joke und die beiden alle so, oh, Seven, ja, das war's. Und jeder hat mitgemacht, jeder, es war nicht einer, der geschrieben hat, die haben es lavat, die alle. Ich kenn das, also ich hab Hugo erzählt, ich hatte früher so einen Koch-Stream mal gemacht, wo ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hab, Bruder, ist auch scheißegal, irgendwas mit Paprika auf jeden Fall. Und da ist der legendäre Paprika-Schälen-Insider entstanden. Und ich hab halt so diese Paprika abgewaschen und so, wollte die halt schneiden und wollte die reinmachen und so, alle haben das geschrieben. Alle. Ohne, dass ich danach gefragt hab oder so. Alle haben das geschrieben und es hat so gefühlt wirklich, wie du meintest, keiner gesnitcht. Also keiner hat's geschrieben, was haben wir denn für Scheiß im Chat. Sondern alle waren so, schälen, schälen, schälen. Hab ich dann angefangen, die Paprika zu schälen. Und alle waren so, bist du hohl. Selbst beim Schälen waren Leute noch so, endlich macht er das. Ja, also, und das kann schon passieren, aber ich möchte es auch nochmal, weil, um die Kommentare vorzugreifen, die jetzt gerade sich ready machen, zu schreiben, beruhigt euch, es ist schon ein Unterschied zwischen ein Obst oder Gemüse, was eine Schale hat, schälen, ja oder nein, zu eine Südfrucht, hat eine giftige Algenart aus dem Atlantik in sich drin. Ja, okay, fair. Ja, nur, dass ich bei Sam & Swipe mitgemacht hab und mich mit diesem Thema nicht, ich hab nur mitbekommen, dass ihr nicht Bescheid gesagt bekommen habt für Red Tide. Das war alles. Aber erklär mir eine Sache. Warum sollen wir eine Zitrone im Kühlschrank haben, die Red Tide hat? Man müsste ein Bild von dieser Zitrone jetzt hier einblenden. Digga, diese Zitrone sah so scheiße aus, dass ich mir wirklich dann denke, okay, du weißt sogar, die wären irgendwie nur fürs Putzen oder so hab ich auch den geglaubt an. Das hab ich am Telefon gesagt. Ich war jetzt so, Bro, auf gar keinen Fall essen. Wir haben so mitgespielt, ich hab gesagt, Hugo, du musst die Gips und Notrufe anrufen und so. Ja, krank. Naja, sorry. Okay, das ist der positive Fakt über Hugo und jetzt der positive Fakt über Dominik. Er kann viel essen. Boah, ja, da gibt es auch echt viele Sachen. Ich überlege gerade, ich fand das, was du gesagt hast, das war sehr unique. Das hast du noch nicht vorher mal gesagt. Weißt du? Ja. Das war sehr geil. Findet übrigens meine Stimme ein bisschen sexy, wenn die so ein bisschen rau ist. Ja. Sag, hey Leute. Ich finde geil, das ist ein bisschen so ähnlich wie das, was du gesagt hast. Ich finde es, also ich kann dich immer fragen zu irgendeinem Thema und ich kriege immer deine 100% ehrliche Meinung und die ist nicht irgendwie so, sag ich mal, bereinigt so, weil du dann so irgendwas auf nett formulieren willst, sondern du sagst es wirklich so, wie du denkst. Egal, ob das jetzt von Vorteil ist oder von Nachteil ist, du sagst mir das so, wie du es denkst und das finde ich sehr geil. Also wirklich so 100% einfach genau so, wie du es denkst und ich weiß auch in dem Moment, Digga, er meint es genau so. Und wenn wir über so Business reden, wo es zum Beispiel dann auch wirklich darum geht, so, dass einer von uns irgendwie mehr oder weniger bekommt bei irgendeinem Deal oder so, da reden wir immer offen und es gibt keinen Stress. Business und Freundschaft ist so 120% getrennt und trotzdem fair und das ist sehr geil. Das würde das gar nicht so lange funktionieren, Mann. Bruder, will talk. Schön, Mann. Jetzt musst du zwei Sachen sein. Jetzt Hugo, jetzt komm, jetzt los. Hey Dominik. Yo. Ich finde es gut, dass du viel essen kannst. Okay, schau los. Lass mal fett essen, machen. Ich finde es cool, dass du... Ich glaube, Hugo würde sogar gewinnen bei Wertessen. Was? Ich glaube, du isst schneller als Dominik, würde ich sagen. Schneller essen, ja, aber viel essen, nein. Ja, okay. Ja, okay. Okay, ja, okay. Ich check. Ich finde es cool, dass du meine Witze lustig findest und genauso unterdachst wie ich darüber und dass du allgemein lustig bist. Wow. Und Banger-Jokes bringst. Groß, Bro. Danke dir. Ja, du. Du war ein Bad. Der war klar. Nee, bei dir... Hier, hier kriegst du. Nee, bei dir finde ich es cool, dass du, was Streaming angeht, genau gleich denkst wie ich, nur vorher noch. Also nur ein bisschen früher als ich. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich glaube, die Leute checken nicht so ganz, was du meinst, aber wenn es um Streaming-Content geht, haben wir so den gleichen Blick. Wir verstehen beide, was Content ist, relativ gleich, so wie es ist. Also wir denken relativ ähnlich bei sowas. Nur, dass du es immer früher machst als ich. Wie meinst du das genau? Ach so. Den früher Part check ich nicht. Er macht früher den Hotchip, meinst du, als du. Ach so, du meinst quasi, was du mir alles nachmachst, einfach. Ich glaube, das will er sagen. Nein, 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 nein. Ich rede von, ich habe jetzt kein Beispiel, das ist mir hier auch aufgefallen immer. Ich muss ein Beispiel finden. Warte, warte, warte. Du kannst auch sonst im Laufe des Gesprächs einfach sagen. Nee, sowas Lowes wie, keine Ahnung, Internet crashed, bei mir im Kopf ist erst, das ist jetzt so ein Lowes Beispiel, Internet crashed, bei mir im Kopf ist, okay, ich würde jetzt fixen, bei dir im Kopf ist direkt, okay, Handy switch. Ja, okay. Er denkt einen Schritt immer noch weiter. Ja, okay. Ja, I guess. Ich habe mich vielleicht aber auch mehr mit diesen Techniken beschäftigt als du. Ja, aber das ist nur ein Beispiel. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe, aber ich habe oft so Gespräche, das habe ich auch mit Dominik, weil Dominik ist auch, in meiner Opinion, so jemand, der Content-wise mehr checkt, was abgeht. Aber mit Dominik habe ich noch nicht so viel gestreamt. Ja. Das stimmt. Ja, das Ding ist, also bei mir ist es auch komisch, ich check glaube ich schon, aber ich mache es anders dann als ihr. Ja, das stimmt. So, ich mache es auf eine andere Art, aber ich glaube, ich check auf jeden Fall, was bei euch so abgeht. Aber also, ich finde es immer sehr geil, zum Beispiel auch mit dir zu streamen, weil es gibt Leute, die, mein bestes Beispiel, ich wirklich nur liebe für Chef Strobel, aber bei Chef Strobel merke ich es auch, das ist schon wieder so scheiße, dass ich es lustig finde. und deswegen ist es auch wieder witzig, mit Chef Strobel zu streamen, aber bei Chef Strobel ist das beste Gegenbeispiel, was mir einfällt. Wenn ich mit Chef Strobel streame, Bro, so, wir streamen gerade in der Vierer-Gruppe, streamen wir gerade Lethal Company. Ihr müsst das, für die Leute, die dieses Spiel nicht kennen, draufgeschissen. Ja. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sehr viel kommunizieren muss mit den anderen Leuten. Ja, ja. So. Stressiges Game. So, sehr stressiges Game. Also wirklich sehr stressig kann das manchmal werden. Ja. Und Chef Strobel ist dann so jemand, der checkt in dem Moment nicht, dass es jetzt nicht angebracht ist gerade, wenn drei Leute gerade reden, dass er jetzt noch mit dem Typen hinter sich im Raum, den die anderen nicht hören, redet, am Handy chillt manchmal und nicht antwortet und noch mehr Sachen macht. Ohne, dass er sich kurz mal mutet, Bro. Bro, er ist jetzt irgendwie gemutet und ist irgendwie weggegangen und ist seinem Dad gelabert im Flur und wir haben alles gehört. Ja, genau, genau. Und er kam so fünf Minuten nicht wieder. Und es gibt so Leute, die so, Ja, aber das ist doch wiederum dein Content für euch. Okay, genau deswegen meine ich, das ist jetzt ein so übertriebenes Beispiel, das ist schon wieder fast witzig dann. Ich schaue das auf jeden Fall auch an Chef. Aber es gibt so ein paar Leute, die haben so, und das ist ja auch vollkommen okay, aber die haben so gar kein Gefühl dafür, so was, also die denken nicht so dieses, weil ich glaube, wir denken so ein bisschen so, was mache ich gerade, damit der Zuschauer es enjoyt. Also man hat so eine Sicht so, wie sieht es der Zuschauer gerade, was wir machen und viele Leute haben einfach diesen Blick nicht dafür oder diese Gedanken dafür und das finde ich geil an dir, das hast du. Da sind wir sehr ähnlich, das stimmt. Das ist ein sehr guter Call, Bro. Okay, geil. Ich habe was vorbereitet, Freunde. Und zwar bin ich heute dran mit unserer neuen Kategorie. Die edlen Fünf. Genau. Ich werde, wir fangen an mit Dominik. Ja. Ich habe für beide von euch unterschiedliche Top Fünf vorbereitet. Wir fangen an mit Dominiks Top Fünf. Okay. Okay, mein Bruder, ich habe für dich heute vorbereitet, Top Fünf Fahrzeuge für einen Roadtrip. Oh. Okay. Was kriege ich jetzt hier? Marken oder kriege ich Modelle? Du kriegst unterschiedliche Fahrzeuge. Fahrzeugtypen? Ja. Oh. Okay. Für einen Roadtrip. Aber unterschiedliche. Wart ab, du wirst checken. Okay, freu mich. Autos sind immer gut. Okay, wir haben als erstes, haben wir den Smart. Wir fangen easier mit dem Smart. Okay, Smart für einen Roadtrip ist ziemlich scheiße. Reden wir mit dem ganz kleinen Smart oder dem bisschen größer? Ich glaube, die sind Stani-Smart, da wo zwei Leute reinpassen, ganz kleiner Kofferraum, Knauschzone ist legit null. Das Ding ist, du wüsst mich jetzt halt dann, wenn ich den jetzt auf die Fünf mache, nur wenn man was beschissen muss, hinten so einem Pizzamobil oder sowas. Aber, also ich kann jetzt bei Gott nicht Smart höher machen als eine Fünf. Das ist wirklich, glaube ich, das schlechteste Auto. Außer, nee, es kommt noch so eine Ape oder sowas. E-Mach-Fünf. Also Smart, du hast nicht mal einen Kofferraum, Bruder, du hast gar nichts. Du kannst nicht mal den Sitz zurück, mal zum Schlafen nackt. Okay, dann kommen wir zum zweiten Auto. Oh Gott. Beziehungsweise, sorry, dann kommen wir zum zweiten Fahrzeug. Ein LKW. Yo, LKW ist crazy. Das ist geil. LKW ist krass. Also ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Leute gesehen, die haben so ein LKW umgebaut, also so, halt auch das hinten, so wie ein Wohnwagen, dann ist hier die so rumziehen mäßig. Aber du meinst jetzt nur das Fahrerhaus? Nö, nö, wer mit Anhänger? Wer mit Anhänger? Und den Anhänger kann ich umbauen? Den Anhänger könntest du so bauen, wie du willst. Es ist eine LKW auf jeden Fall. Okay, das Ding ist, also das ist sehr, sehr geil. Du kannst extrem luxuriös leben, so, ich glaube, Amis machen das auch teilweise so. Aber du kommst nicht überall hin, rein, ist ein bisschen langsam, so auf den, muss immer Parkplatz suchen und so. Also würde ich beim LKW mal eine stabile, oh, eine 3 würde ich callen. Alles klar. Schon schwierig rumzukommen. Okay, dann, ja, habe ich für uns hier aufgeschrieben, den guten alten Fiat Multibler mit den drei Sitzen vorne. Oh, drei Sitze? Der hat drei Sitze vorne, der hat drei Sitze, da können drei Leute nebeneinander sitzen vorne. Was ist mit der Version, weil die würde ich gerne nehmen, die Version mit zwei Sitzen, aber im Kühlschrank. Gibt's das? Dies gibt's. Okay, dann lassen wir gelten. Digga, mein Kumpel aus der Schulzeit damals, die Eltern hatten einen, mit dem Kühlschrank. Okay, ja, das war so ein Flex, er meinte, wir sind so am Fahrrad, er meinte, Bruder, willst du ein Eis? Warte, ist da ein Eisschrank drin? Ich weiß nicht, aber halt irgendwas, was kaltes oder so, Bruder, willst du so kalte Punika oder so? Dann grabt der da diesen Kühlschrank auf. Das war so ein dicker Kühlschrank. Okay, lassen wir gelten, lassen wir gelten. Okay, das ist ein crazy Fahrzeug. Das hat richtig viel Platz, hinten der Dach ist auch hoch, du kannst fast schon drin stehen mäßig. Da ist der Kühlschrank am Start, ist ein Hingucker auch, deswegen ist der Fiat Multipler für mich ganz klar auf der Zwei. Alles klar. Dann kommt noch was Besseres. Dann kommen wir als nächstes, das gute alte Tandem-Fahrrad. Okay, das ist krank. Das gute alte Tandem-Fahrrad. Dass du das ausfielst, ist crazy. Ich hab noch die Eins und die Vier. Ein Fahrrad, wo zwei Leute drauf sitzen können. Also ein Zweimann-Fahrrad quasi. Für einen Roadtrip. Okay. Ja, okay, wait. Okay, aber jetzt, ich hab jetzt sogar, was ist, wenn man so sagt, ich mach so einen Ronny-Berger-Roadtrip, so drei Tage nach Paris, hab aber Zelt und alles dabei, das geht. Ja, würde gehen, ja. Du musstest halt das Zelt in deinem Rucksack haben, zum Beispiel, oder in so einer, vielleicht gibt es so zwei so Dinge an der Seite, dass du das da so befestigen, also so an der Seite in so Boxen reinmachen kannst. Aber du musstest auf jeden Fall irgendwie mitnehmen. Ja, ich kann das nicht auf die, also ich hab eins und vier, ne? Ja. Ich kann das nicht auf die Eins machen. Aber es wär low-key wahrscheinlich funny. Ich mach mal vier. Ich denke, vier ist okay. Okay, und dann hab ich als letztes, hab ich die gute alte Limousine. Stretch-Limousine. Eine richtig lange. Eine richtig lange. Hä, das ist eine starke Eins. Das ist so eine richtig krass lange. Das ist eine starke Eins. Also, ich würde jetzt im Nachhinein einen Fiat auf die Eins machen, aber die Limo ist auch stark, weil die ist kleiner als LKW. Du kommst also eigentlich einigermaßen durch die Stadt und so durch geht schon. Besser als LKW. Du hast trotzdem richtig viel Platz hinten. Du kannst einen Teil sogar umbauen zu einer Küche, einen Teil umbauen zu vielleicht ein bisschen Bad oder sowas und ein halbes Bett. Mit Fernseher ist auch schon immer drin. Boah, ja, stark. Und natürlich ist auch immer Hingucker und du kannst theoretisch sogar die dann vermieten für so einen Abend. Wenn du mal Geld brauchst bei deinem Roadtrip, sagst du einfach, hey Ladies, ich fahre dich in den Club mit Limousinenoptik. Jetzt haben wir so einen, geht an den Zehner, fährst dich in den Club. Stark. Eins bei mir. Okay, also die Reihenfolge ist Limousine auf der Eins, Fiat Multiple auf der Zwei, LKW auf der Drei, Tandemfahrt auf der Vier und der Gute halt ist Smart auf der Fünf. Ja, Real Talk, bin ich sehr zufrieden. Stark. Geile Liste. Okay, Hugo, Geile Liste. Hugo, ich habe für dich auch was vorbereitet heute. Ja. Hugo, wir machen heute mit dir Top 5 weibliche Charaktere raten. Was? Ich zeige dir jetzt fünf weibliche Charaktere und du musst sagen, Du zeigst mir die oder du sagst. Ich sage dir, ich kann dir auch Bilder zeigen, wenn du willst. Ja, okay, weil, okay. Okay, also ich zeige dir jetzt, ich zeige dir fünf weibliche Charaktere und du musst sagen, welche du am geilsten findest von eins bis fünf. Vom Aussehen. Vom Aussehen. Es geht nur um Aussehen. Okay. Genau. Aber du musst quasi, du hast verstanden, wie das Prinzip funktioniert, du darfst nicht nochmal die Liste ändern, wenn du einmal jetzt am Anfang sagst, du musst es blind machen. Ich sage dir jetzt irgendeine. Ja, du checkst, ne? Ich check. Okay. Alright, wir fangen an mit Katara. Katara? Ja. Kannst du kurz sagen, woher die sind? Die ist von Avatar. Ah, okay. Das ist eine Wasserbändigerin, die hat so braune Haare und ist eine geile, ist schon, hast du nicht Avatar geguckt? Bruder, für die Zuschauer. Ist schon, ist schon eine geile Maus. Klar, ich geguckt, sorry. Wir blenden hier für das YouTube-Video, blenden wir hier, blenden wir ja. Die Bikini-Vision. Katara. Boah, die ist schon, ich habe verzerrt, verzerrt in meinem Kopf, ihr wisst. Ist alles okay? Hast du, Bro, hast du schon mal Punkt Nummer 1 im Ständer gerade? Nein. Bruder, komplette Blut ist im Kopf. Hugo versucht, die zu remembern aus der Originale hier, weil er kennt sie eher anders, glaube ich. Eher in anderen Dresses und so. Zwei. Ich sage zwei. Zwei, okay. Wow, okay. Stark, ich bin, ich habe Angst, dass noch irgendwas Schlimmes kommt. Als 15-Jähriger war ich auf jeden Fall ein sehr, ein sehr krasser Katara-Jerker. ich war aber bei Avatar gab es auch noch Tai-Li, glaube ich. Das ist diese Feuer, aus der Feuernation. Aus der Feuernation, die so Gymnastik kann und so, die ist auch krank. Wollte ich nur an der Stelle verwerben. Okay, alles klar. Okay, weiter. Gut, da bist du verstanden. Honorable Mention. Dann haben wir als nächstes Sakura von Naruto. Das ist die mit rosanen Haaren. Ja. Kennt man, denke ich auch. Ja, ist nicht so mein Ding, glaube ich. ich würde Sakura lange Haare oder kurze Haare. Diese schulterlangen, diese schulterlangen mäßigen. Vier. Boah, vier. Okay, Okay, krass. Dann haben wir, warte, wer ist denn das nochmal? Achso, oh, sorry. Dann haben wir als nächstes Sally von Cars. Oh. Das ist dieses blaue Auto von Cars. Die war aber auch hot, ne? Die ist schon geil, ne? Boah. Das Mistvieh. Warte, ich habe zwei und vier jetzt, ne? Du hast zwei, ja genau. Oh Sally. Mit ihren Dreckshupen. Dieses Mistvieh. Wie die immer so umleuchten mit ihren Scheinwerfern, ne? Ich mache drei, weil ich, da kommt auch immer was Schlimmes. Das ist krass, dass du in einem Auto über einer echten, also in Anführungsstrichen einer echten Frau geratet hast. Finde ich schon mal wild. Ja, eine echte Frau, Zeichentrickfigur. Okay, dann habe ich als nächstes für dich vorbereitet. Nami von One Piece. Eins. Okay, und dann habe ich als letztes für dich Sky von Paw Patrol. Das ist der einzige weibliche Hund von Paw Patrol. Ich zeige ihn dir. Warte. Da. Gibt es ja nur eine Frau? Boah, aber auch. Hotz, ne? Hotz. Bruder, das ist ein verfickter Hund, Digga. Bruder, wir haben vorhin über ein Auto geredet, du meinst auch mehr geil. Aber Sally ist geil. Ey, aber Liste ist stabil. Oder nicht? Ja, Liste ist ganz gut. Ich finde, Paw Patrol sollte höher sein. Ich finde auch. Ja? Also, passt Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol. Eine, eine Bande. Paw Patrol. Sag noch einmal für das TikTok, was wir daraus schneiden. Sky von Paw Patrol auf die 5. Sky von Paw Patrol auf die 5. Schau dich in die Kamera. Schau dich in die Kamera. Okay. Wie heißt die da mal? Sag einfach, Sky von Paw Patrol auf die 5. Das geile Mistvieh. Das wäre für mich privat auch einfach. Sky von Paw Patrol auf die 5. Das geile Mistvieh. Nein. Das ist kracke. TikTok ist safe, Freunde. Wenn ihr das TikTok seht, da müsst ihr ein Like da lassen. Scheiße. Das ist die Regel. Okay, also deine Liste ist Nami, die geile Maus von One Piece auf der 1. Katara von Avatar auf der 2. Sally von Cars auf der 3. Sakura auf der 4. nach einem verfickten Auto, Digga. Und Sky von Paw Patrol auf die 5, Digga. Das ist krass. Stabile Liste. Ich will nichts daran ändern. Sehr ehrenwerte Liste. Ich ändere nichts daran. Sehr gute Liste, Bruder. Sehr gute Liste. Was ich mich gerade frage, haben wir von Simone eigentlich die Zettel mitgenommen? Nee, ich glaube nicht. Haben wir? Oh, aber wir sind verschillt. Ansonsten holen wir das nächste Mal nach. Wir machen das nächste Mal einfach zwei. Was wir diesmal aber nicht vergessen dürfen, Freunde, ist die Empfehlung of the Woche Week. Sehr gut. Wir sind bilingual hier auf dem Herzen. die Empfehlung der Woche, Freunde. Hugo fängt an. Nein, du. Okay. Okay, ich fange an. Ich sage euch ehrlich, es ist eine einfache Empfehlung, aber eine, die kommt von mir wirklich vom Herzen. Wir sind ja gerade in der Schweiz. Zwei Empfehlungen. Wir sind gerade in der Schweiz und wir sind im wunderschönen Kanton Graubünden oder wie ich auch gerne sage, Graubinder. Und hier kann man unfassbar krass kiffen. Was genau ist jetzt die Empfehlung, Bro? Wenn ihr in die Schweiz kommt, ich sage euch ehrlich, ich habe noch nichts anderes von der Schweiz gesehen, aber ich glaube, Graubünden ist das krasseste, was es die Schweiz zu bieten hat. Vergiss diese ganzen Vorarlberg und diese ganzen Leute da in diesen Städten und so. Die Party geht ab in Graubünden und deswegen checkt mal Graubünden ab. Das ist meine Empfehlung. Ich glaube, es ist halt sehr jung hier. Jung, Bruders, die haben Ski, die haben das, die haben D, die haben alles, die haben die haben das Alpenhaze. Nein, also auf jeden Fall Graubünden wirklich stabil, aber was ich eigentlich empfehlen will, ist, eine kulinarische Empfehlung mal wieder von mir, klar, das Käsefondue hier in der Schweiz. Das Käsefondue in der Schweiz, also klar, meine Familie macht es schon immer lange auch sehr, sehr lecker, aber hier habe ich ein Fondue kennengelernt, das heißt Gletscherfondue. Ich habe leider wirklich trotz starker Anstrengungen das Rezept nicht erfahren können. Ihr checkt das nicht, wir hatten, wir waren jetzt insgesamt zweimal da essen, einmal am ersten Tag mit der ganzen Gruppe und streamen, da hat Dominik schon von diesem Gletscherfondue geschwärmt, da kommen sechs verschiedene Käse rein und dann hatten wir nochmal gesagt, okay, unsere Mädels, also Dominiks Freund und meine Freundin kommen nochmal in der zweiten Woche, wir machen nochmal Doppeldate. Dann waren wir an meinem Geburtstag, hatten wir Doppeldate bei diesem Fondue-Restaurant, unfassbar gutes Restaurant, wirklich viel Liebe nur an die und Dominik hat diese Kellnerin, die haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen, die war sehr gut drauf, sehr entspannte Frau, ich glaube locker drei oder vier Mal belabert, dass sie das Rezept haben will für das Gletscherfondue und die war immer so, na, kann ich nicht geben und so, Bro, am Ende, die Frau wollte so krass aus diesem Gespräch escapen, Dominik hat in so Alufolie eingewickelt einen Batzen Käse bekommen, damit er sich das Gletscherfondue zu Hause machen kann, Bro, das ist crazy. Sie haben die Gletschermischung einfach mit nach Hause mitgegeben, aber sie meinte, das war jetzt nicht unangenehm für sie, Bro, sag nicht so, dass die unscaped wurde. Nee, nicht unangenehm. Die hat aber gesagt, ey, ich kann es wirklich sagen, weil der Chef kauft die Mischung, wir wissen nicht, was da drin ist auf denen, aber also, Empfehlung, Käsefondue an sich und wenn ihr hier in der Gegenseite Empfehlung dieses Restaurant, ich würde Real Talk sagen, die waren so korrekt, auch als wir mit Stream reinkamen, wie die Hurensöhne da alles zerpoltert haben und sowas, vielleicht packen wir die unten in die Beschreibung. Ja, unfassbar gut, wenn ihr mal hier seid, geht dann und lasst mir eine Grüße von uns da. Von den YouTubern, dann weißt du was. Ja, ja, dann bleibst du die Beschreibung. Von den YouTubern. Bro, wirklich sehr, 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 sehr klasse. Und falls ihr dann irgendwie doch das Rezept rausfindest für den Gletscher, schickt mir. Okay, meine Empfehlung der Woche ist auch ein Essen, was kulinarisches, sag ich mal. Es ist, glaube ich, was Süddeutsches, also Chad meint, das gibt es in Bayern, Österreich und in der Schweiz. Ich kann das persönlich nicht. Und es war Apfelküchle. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Apfelkuchen. Das haben wir nämlich heute bekommen, als wir essen waren. Das war wie so, boah, wie beschreibt man das? Bisschen wie so Apfel, wie so schmalzt. Ja, so ein bisschen wie so Schmalzteig oder so, aber innen drin war so so Apfel drin. Und da drum war so Vanillesoße. Das kenne ich. Ja. Das hat ein Loch in der Mitte, oder? Genau, ja, das ist wie so ein Ring. Apfelküchle, gibt es doch in Bad Württemberg auch. Ja, ja, ich kenne das nicht. Apfelküchle müsste man eingeben mit Vanillesoße. Stark, ja. Unfassbar geil. Auch mal selber machen. Ja, ja, stark. Das ist eine sehr geile Sache. Mal ein bisschen, gerne mal ein bisschen Süddeutsch, Schweiz, Österreich haben eine leckere Sache. Check das mal ab. Ja, das muss man auch gerade bei so Nachtisch-Sachen oder bei so süßen Sachen, muss man auch sagen, hat der Süden, Deutschland und Österreich-Schweiz. Ja. Bruder, da haben die es einfach drauf. Muss man sagen, das haben die einfach gecheckt. Ja. Kuchen ist krass. Ja. Und, und, auch so Sachen wie Gernknödel in Österreich. Und Kaiserschmarrn. 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 Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. So lecker ist. Was ist deine Empfehlung, der Woche Hugo? Boah. Du hast jetzt zu lange Zeit. Gib uns mal eine Weisheit fürs Leben. Okay. Zoom ran. Kann man ranzoomen? Nein. Okay, ich mach so. Lebt jeden Tag so, als wäre es euer letzter. So lange lebt ihr, so lange seid ihr tot. Das ist krank. Boah, doch. Krank Scheiße. Schaut weniger TikTok. Das ist meine Empfehlung, weil, das von dir zu hören als TikTokers wild. Nein. Machst du damit nicht dein eigenes Business kaputt? Bruder, ich. Du bist 90% der Zeit. Ich mach kein TikTok. Ja, aber du bist, du findest mehr auf TikTok statt als auf Stream. Nein, 100% nicht mehr. Du bist immer mehr TikTok als du. Meine TikTok-Zeiten sind vorbei. Die hat mich auch alle. Bruder, du hast einen normalen Haarschnitt bekommen bei deinen Haaren und der hat 2,5 Mio über Nacht. Ja, das war ein Ausrutscher. Aber sonst... Und deine Jawline. Mach die mal bitte einmal kurz. Nee, mach ich nicht. Okay, Wugo kann seine Jawline sein Kind so einziehen. Verstecken. Die hat 100 Mio Views und ist international gegangen. Ja, weil du wirklich halt einfach kein Kind dann hast. Ja. Das ist krass. Du saugst das in den Hals rein. Was ich letztens gesehen habe auf TikTok war, nein, oder du sagst gerade, schau, wie dir TikTok ist. Nein, nein, aber Retalk ist, ich schaue weniger TikTok, seitdem ich das TikTok gesehen habe. Ja. Da hat jemand darüber geredet. Stell dir vor, ihr schaut fünf TikToks und dann seid ihr beim fünften angekommen. Könnt ihr euch noch an die letzten drei TikToks erinnern? Nein. Ja, kann ich. Nein, kannst du nicht. 100% nicht. Okay, wir können testen. Kannst du? Boah, ich weiß nicht. Aber checkt ihr das? Ja, also meinst du, man scrollt voll oft da so gar nicht bewusst durch und verängst du seine Zeit einfach. Ja, eben. Ja, das verstehe. Von 200 TikToks, die du am Tag schaust, kannst du dich vielleicht an zwei, drei erinnern oder so. Bei mir zumindest. Aber ist das bei YouTube-Videos denn so mehr so? Ja, ja, weil bei TikToks ist das immer so kurz. Es ist immer so, aha, Leute, okay, weiter. Bei YouTube schaust du dir meistens so 15, 20 Minuten an und dann kannst du dich wenigstens noch daran erinnern, dass du das schon mal gesehen hast. Ja, okay, fair. Und seitdem ich das gesehen habe, schaue ich weniger TikTok. Aber was heißt weniger TikTok? Wie viele TikTok guckst du gerade? Ich hatte eine Zeit lang 15 Minuten pro Tag. Das war das Lohste, was du hattest? Das Lohste. Was war das Höhste, was du hier hattest? Ja, Digga, wenn ich halt was war so, also ich meine jetzt nicht so, klar, manchmal ist man so einen Tag, sag ich mal, muss man vier Stunden am Flughafen warten. Ja, genau. Das meine ich nicht. Ich meine so on average, also so normaler sechs Stunden an einem normalen Tag. Das war 2020, 2021. Da habe ich immer nach dem Stream, bin ich, ich weiß nicht, was damals los war mit mir, da hatte ich eine Phase, die hieß Big Chilling. Okay, und da habe ich immer nach... Da war die Phase ein Abend. Ja, da habe ich, das habe ich damals auch in meinem Stream gesagt. Ich mache jetzt Stream aus und mache Big Chilling. Und Big Chilling war damals immer, ich lege mich an mein Bett und schaue einfach nur den ganzen verfickten Tag TikTok. Ich war so ein Lacher damals. Ich weiß nicht, Alter, das ist krass. Du hast sechs Stunden an einem Tag TikTok. Ja, ich könnte das niemals nochmal machen. Ich habe mich einfach nach dem Stream ins Bett gelegt, sechs Stunden TikTok geschaut und dann geschlafen. Aber was guckt man denn da? Das wird doch überall... Ich weiß es nicht, aber ich war damals so drauf. Aber ich check, keine Ahnung. Aber damals war ich so... Wahrscheinlich eine anstrengende Phase, wo dann so mit TikTok, merke ich halt auch bei mir, mit TikTok kann man halt auch einfach so in der Welt abtauchen. Du, dann denkst du nicht über deinen Alltag shit nach und so. Ja. Du bist aber da drin und dann macht einer was. Aber sechs Stunden finde ich crazy. Ja, das ist auch krank. Aber immer krass, ja. Das ist krass. Gut, dass du es nicht mehr machst, Bro. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, 15 Minuten ist vertretbar. 15 Minuten ist nichts. Ist nichts. Ist vor allem spannend. Meistens, wenn ich auf irgendwas warte oder so. Ja, ja. Oder Toilette oder so. Toilette, wenn ich nie Handy mehr... Nee. Bist du so ein... Ohne Toilette mäßig... Ohne Handy. Ich mach Kaka, weg, zack. Ey. Ab wo Kaka, Bruder, cool, dass du auf jeden Fall heute im Edo Talk dabei warst. Ja. Hat uns sehr gefreut. Das war, denke ich, eine sehr würdige Schweizer Skiurlaub-Folge. Auch wenn ihr uns wahrscheinlich sowohl stimmlich als auch einfach von allem her anmerkt, dass wir sehr, sehr am Arsch sind. Hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich fand es mir doch cool, mal zu labern. Ja, Mann. Checkt auf jeden Fall auch auf unserem Spotify und YouTube, egal wo, die letzten zwei oder drei Folgen habt. Denn da sind jetzt alle Seven-Wars-White-Folgen rausgekommen. Ja, Mann. Mit Afe, Hanna, Trimes, Romatra und mit Jan Schlappen. Und unsere eigene ja auch. Und unsere eigene auch. Alles, in meiner Opinion, wirklich sehr geile Folgen geworden. Falls ihr das nicht gesehen habt oder gehört habt, checkt das übelst gerne aus. Ansonsten lassen wir Spotify auf jeden Fall fünf Sterne da freuen. und dann freuen wir uns sehr. Und auf YouTube ein Abo, weil dann seht ihr jede Folge immer Sonntag, 18 Uhr in der Abokasten. Bis dahin. Ciao. Würde ich sagen, oder? Ciao, ciao. Grüezi. 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 Ciao, ciao.